Wuhu, jahuuu! Booyahoo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu Unturned. Das wird ein kleines Zwischenprojekt, weil Dawn of War bei mir nicht mehr läuft auf einmal. Das hat keine Lust mehr. Aber Unturned wird kein Singleplayer-Projekt, sondern von mir und Jonas und von Christian, ein Kumpel von uns beiden. Und wir wollten gerade schon mal aufnehmen. Und ja, es ist nicht gut, wenn man mit mehreren Personen in einem Haus wohnt und die dann so, ach, ich fick mal die Aufnahme, klopf, klopf. Ey, ich muss das und das noch machen. Wir auf jeden Fall erst mal ein Booyahoo von uns. Ja, deswegen bin ich auch gerade schön am besten Ort damit gestorben. Wegen Flaschen, die ich runterbringen sollte. Respawn. Yay! Ich kann nicht mehr respawn! Christian, wo bist du denn? Militärbasis. In einem Turm drin. Äh, wie heißen die? Militärbasis. Äh, ja, gut. Militärbasis. Militärbasis, oder wie? Ja. Gut, ich starte mal kurz spielneu. Wir sehen uns im Spiel wieder. So, wir sind wieder im Spiel. Ich konnte endlich mal wieder neu spawnen. Und jetzt suchen wir uns erstmal. Und ich reagiere mich ab. Wo seid ihr? Bei einer Militärbasis, oder? Sehr gut. Da... Ja, ich bin da nämlich jetzt auch neu gesparen. Sehr gut. Na doch. Äh, nee, ich spüre mich nicht, wie das geht. Kann dir aber keine Sachen sehen, Daisy, oder? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich kann euch ja erst beibringen, was zu spielen. Ich hab das Spiel ein paar Stunden mit Freunden gespielt, aber das ist ein bisschen her. So, ein paar Tipps. Werger, hilf euch, Christian. Ah. Okay, Christian, Profi, Gamer of the World. Lost Connection. Wer ist gerade auch rausgeflogen? Wir gehen neu in Server. Okay, Jonas sucht Server. Ich bleib so lange im Hauptmenü und Christian beschäftige YouTube. Scheiße. Christian soll sich hier beschäftigen. Ja, genau. Ja. Ich hatte mal eine E-Mail. Leute, Server. Ja. Jonas, tu was. Do it. Do it now. Hier, Server, Server. So viele Server. Such einen. Oh Gott. So, und Jonas hinterher. Chaotische Aufnahme aller Zeiten. Ihr müsst es, ja, bis, Business. Ich hab es dafür ein Business. Äh, Jonas. Neues, neuer Server. Dieser Server, dieser Server erlaubt nur schnelles Internet. Ach, ne, ich bin doch drauf. Stand da gerade, dieser Server erlaubt nur schnelles Internet? This Server only allows, allowed fast Internet. Ja, das ist, das schreiben die wahrscheinlich, stand bei mir eben auch, damit du nicht, äh, durch Latenz andere Leute drücken kannst. Bestimmt, oder so, genau. Wattest du? Warte. Ja, okay. Ja. Wir alle drei sind drauf. Gut. Wo seid ihr? Neuer Puff. Halberton. Ein Fischigerout. Brauche ich die Gräser? Zum Fischen, ja. Ja. Wir treffen uns einfach in der Mitte. Und Jonas, wo zurück guckst du mal wieder rum? Ist das keine Antwort von Jonas? Was ist dort? Äh, ich bin, warte. Ja, wo bist du? Ich bin bei Kashiken-Kemford, beziehungsweise bei der Liberation Bridge. Bleh, Begeh, Selbstmord. Und Spawn neu. Warum? Du bist nicht gestallt. Äh, nein, der schafft zu uns, Christian, es ist Jonas. Der schafft zu uns hier hoch. Komm einfach hoch zu Halberton. Mach Sport. Ja, Fernklaas. Nimm ab, nimm ab. Nicht ausgeben, Bob. Äh, siehst du immer. Das Schöne beim Spiel ist auch, dass man wie bei Ahammer und DC durch die Klamotten einen Inventarplatz bekommt. Ähm, was bringt Bedroll? Das ist nicht richtig. Bedroll? Äh, ja, ja, dann kriegst du ein... Ja, ja, das ist so eine Matratze, da kannst du dich dann neu spawren. Hörst du auf der Aufnahme grad... Äh, zum Hauersingen ganz gut. Äh, Sönke, wo bist du? Nein. Hier ist keine Feuerwehr bei mir. Stimmt, jetzt kommt sie. Da, dü, da, da, die Feuerwehr ist da. Keine Ahnung. Was? Das ist nicht unsere Feuerwehr, Jonas. Okay, wo bist du, Sönke? In oder? In Everton. In. Ich schlute grad die Stadt. Wenn ich meine, du bist grad in den 5 Sekunden, wo ich jetzt 2 Häuser abgegrast hab. bist du hier quer über die halbe, über so ein Stück der Map gesprintet. Ich denke, dass es gar nicht so aussieht. Läuf bei dir. Ich... Ich muss mir mal ein paar Videosequenzen suchen. Im Moment diesen Faceball. Christian, Faceball. Obwohl er eigentlich meistens Fehler macht. Oh, 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 ich hab'n Kohl. Jetzt ist es mit Julian, aber... Ja, es ist... Ja, es ist... Es sind Gespräche wieder, wo er Julian eigentlich nicht kennt. Oh nein, ich hab' gerade Christian verstanden. Ist das Auto? Wer hat das Auto? Ja. Oh, das Auto fährt. Das Auto, ich hab' das Auto. Ich hab' das Auto. Ich hab' das Auto. Ich hab' Hosen! Also, ich bin grad, äh... Bei den Schaukeln. Wo bist du, Christian? Nein, das Auto kann ja auch kaputt gehen. Genau. Betreibst da Housing? Bin nicht da unten bei irgend so einer Militär- oder Radio-Strektion. Du hast noch ganz schön wild vor dir. Nein, ey, ich hab'n Auto. Ich glaub', ich glaub', der ist auf der Insel. Also, der ist auf die Insel gefahren. Und ist bei diesem Skorpion-Ding. Warte, ich komm' zu ihr. Wo bist du? Hm. Äh, im braunen Haus. Und, Retage und oben? Sind wir im... Ne, warte, du bist... Im Zweistöckigen. Ich bin im Einstöckigen. Oh Gott, ich hab' schon Schiss bekommen. Dass einer bei mir hier im Haus ist. Also, ihr beides seid jetzt schon zusammen. Fast. Jaja, wir treffen uns gleich. Und da kommt der Golfschläge. Warum ist der Zombie auf meinem Dach? Ja, die graben sich da gerne mal rein. Bei mir haben die auch schon sämtliche Autos kaputt gemacht, ohne dass jemand drin saß. Wer ist denn das denn? Wer krieg ich denn da rum? Ah! Klar, der hat keiner... Warte, 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 ich bin's, ich bin's! Das war ein Painkiller. Hast du mich gerade erschreckt? Wer ist denn da rum? Was? Äh, ja, ich. Wir müssen uns irgend so eine einheitliche... Aber hier, guck mal, was ich hab. Voll ich stylisch. Kopfhörer und... Oh, ne. Oh, und Julian startet antörend. Na, ganz nett. Ich folge dir. Golfschläger. Oh, ich hab' einen Golfschläger. Ich hab' gestorben gewählt, einen M16. Mit 24 Schuss. Double Kill. Ja, beweg dich her. Ich hab' einen Radioturm. Die zwei Brüder. Ich hab' mir das raus. Klebstoff. Da drin war... Auf der Seite war ich schon. Was braucht man eigentlich Klebstoff? Christian. Ernsthaft? Nur dafür? Ich brauch' ein Trinkmesser. Oh, okay. Äh, in den Häusern hier war ich schon überall. In der... ...Lottes und so müssten wir noch rein. Lieber. Und die Zomb... Die Zombies sind blöd wie sonst was, oder? Ja, die sind... Ja, sie sehen uns nicht mal. Ja, da muss ich auf einmal auf sich losgehen. Ja, das... Wie mach' ich nochmal Updates, Christian? Updates? Auf was? Ja, ich komm mit dem Charakter. Hä? Ich bin ja in der Medi-Station. Achso, es geht's. Ich bin mit Medikzeug und Waffen. Wo bist du das eigentlich? Ich fahr gleich zu euch. Ich bin im Leitungsgeschäft. Äh, was ist Shadowstalker? Es ist bei uns hier drin! Äh, das ist die dickste Waffe im Spiel. Alter, wer findet der viele Waffen? Alter, Jonas spielt das Spiel eh zum ersten Mal und vielleicht alles. Ja, dann nehm' ich die Shadowstalker noch gleich mal. Ich schlag' mich mit dem Goldschläger durch. Ja. Ich hab' hier erst grad... Ich bin Baseballschläger. Ey, die ist ja mega gut. Achso, Jonas. Ich und ein Kumpel nennen die Waffe die Attellarie. Das hat einen Grund. Die ist wie aufbendet mit einem fetten Laserstrahl. Die ist voll kopiert daraus. Trotzdem. Wenn du mit da schießen willst, tu's auf Entfernung. Das Ding heißt die Attellarie bei uns. Also, mach' die Gedanken warum. Achso, was kann ich mit Chemikalien machen? Trinken. Äh, trinken. Das war ganz krachend. Das macht keinen Scheid. Kleberband. Äh, okay. Das ist Uran und Glutonium. Wollen wir zum... Die schmeiß' ich weg. Ich trink' keinen Uran, Christian. Nur damit du da meine Waffen aufhebst. Okay, äh... Kräften. Wollen wir... Okay, was wollen wir jetzt machen? Das ist so krank. Ja, was ist das? Ja, was ist das? Ich hab' einen Mandelschitzel... Ach, ich bin da, wo das alles passiert ist zum ersten Mal. Schaut, Kamera. Hier ist ein Fabian-Bieres ausgebrochen. Hier haben wir... Na, also... Ja. Du bist in Scorpion. Der neuen Hoffnung der Menschheit oder sowas steht draußen dran. Gott, was für ein Anfang. Oh, ich bin normal. Also, so bescheuert haben wir noch nie angefangen. Nein, ich mein' allgemein... Ich mein' jetzt die Aufnahme. So, hier sehen wir unsere alte Heimat. Folg' einfach dem Undertaker. War sie nicht schön. Was? Was ist das, Christian? Okay, ich folg' dem Undertaker mit ner Waffe im Geleg. Ich folg' einfach dem Undertaker. And his name is John Cena. Auf, blau. Ach so, was ich... Was man noch sagen kann, man kann die Waffe hier bearbeiten. Ach so, das. Ja, stimmt so. Ja. Und die... Und manche Nahkampfwaffen kann man auch... Stellt's euch vor, wie ein Crysis, der hat sich nicht voll aus Crysis kopiert, der Spanns. Kann ich hier... Dafür ist es auch Free-to-Play, also bitte. Wenn schon kopieren, dann umsonst. Ist Crysis Free-to-Play? Ey, Rauchgele, wer hat die da wohl hingelegt? Haha, ein Zombie. Ich hab' nie ausgerutscht. Oh, fuck. Okay. Ich hab' ne Pistole. Wir werden's überleben. Was sind die kleinen Dinger da? Nicht draufschießen, nicht Schlaghammer drauf. Ja, ja. Die Messe wär' ja tot. Nein, nein. Ich such' grad' den Heini, der hier die Rauchfacke gelegt hat. Manchmal bin ich kurz weg, Christian. Familie ist zum Kotzen. Was ist das? Kampel! Eier. Familie... Familie ist zum Kotzen, wenn man aufnehmen will. Ich bin bei den Heideberg. Hallo, bis klein.